Erste Hilfe ist fertig. Können wir noch was bauen? Bereit oder nicht? Ich mache Play. Wieder einmal hier rein und Vollbesetzung. So, was gibt es hier noch? Parkverwaltung. Wir gucken mal rein, was es hier so schönes gibt. Marketing. Marketing ist doch immer der Hammer. Äh, Posterkampagne. Fangen wir erstmal an den Gästen angucken. Welche sind denn unsere lukraktivsten Gäste? Die Teenager momentan. Dann wollen wir die mal ein bisschen boosten. So, zieht mehr Teenager. Jede Menge. Gut, das kostet 5000. Dann lieber für 1000. Nur eine Teenager-Zeitung-Kampagne. Nicht automatisch erneuern, nur einmal. So, plus, plus, plus. White Blues. Ganz frisch. Plus, plus, plus. Milchstück ist auch ganz frisch. Spezialgebäude. Ja gut, die sind... Das ist ein ATM. Achso, hier ist ein... Geldautomat. Hier ist ja noch nicht einmal einer gewesen. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben Bronze erreicht. Ich würde das Ding... Das Ding hier einfach mal löschen. Aber kann man nicht. Ist nicht schlimm. Das Ding kostet einfach nur Geld. Und naja, das lohnt sich aber überhaupt nicht. Hier geht gar keiner hin. Dann gehen wir mal rein. Was können wir denn noch machen? Vielleicht Forschung. Habe ich vorhin gesehen als Tax-Star. Was nehmen wir denn? Erste Hilfe. Achterbahn. Ja komm, wir machen erst die kleinen Achterbahn. Kann man immer noch danach machen. Machen wir mal hier 250 Dollar. Ich möchte erst Hilfe schnell haben. 1000. Ah, machen wir hier mal 500. Wir machen ja 6000 oder so plus. Das kann man... Stand da was? Verdiene 15.000. Naja, das ist ja dann nicht so schwer, ne? Das Ding ist einfach geil, oder? Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so findet. Und die Grafikqualität ist auch wirklich überragend. So, hier. Das läuft alles. Da ist überall Warteschlangen bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben 98 Leute. Wir brauchen 900. Wir sind fast fertig. Wir brauchen nur noch eine beliebige Attraktion. Wir haben... Wild Blue. Wir haben das Ding. Wir haben das Ding. Irgendwas haben wir nicht. Ach so. Das Insanity-Ding habe ich gar nicht gebaut. Genau. Sagt mir das doch einer. Also ehrlich. Bauen wir das mal hier hin. Theoretisch müsste man ja jetzt eigentlich ein bisschen weiter bauen. Ich bin ehrlich, wir müssen hier was hinbauen. Der Grund ist, die Leute kommen nicht mehr zurück hier. Die laufen da hinten rum und gehen nicht zu keiner Attraktion. Wir machen das jetzt, indem wir hier ein bisschen um... umstrukturieren. Und zwar das Ding an hier. Ja, fangen wir mal an mit den kleinen Steinchen erst mal. Ich stelle die mal da hin. So... Das Ding entfernen wir einfach mal. Bisschen was weglöschen. Ach, die haben ja sogar Holzplatten darunter gelöst. Okay, warte, das müssen wir dann... So... Ah, ist nicht ganz so gut gemacht jetzt gerade. Also entferne ich noch ein bisschen was. Das Ding ist ausgegangen. Die Lüdel-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au. das echt zusammengewachsen jetzt anscheinend schon so cool wenn ich jetzt beides bewegen kann ja das natürlich nice das ist jetzt zusammen gehört zu einem objekt verschmolzen ist hat das ding wird natürlich auch dabei ein bisschen drehen dahin aber man sieht wieder der baum hier der ist ja voll im weg tiefer so ein stück mehr heran ich bin mir sicher doch sieht gut aus kann man so lassen jetzt holen wir das zeug noch über was da eigentlich stand ja nur jetzt hängt das zusammen ja wie immer tut mir leid dass ich immer die falschen das drücken das ist echt ungewohnt irgendwie ich weiß nicht warum eigentlich ziemlich logisch tasten so jetzt haben wir auf jeden fall gleich ein bisschen platz hier ich werde hier nur noch bisschen die bäume wegsetzen die pflanzen guck das war das sieht alles so schick aus so da vielleicht gucken wir uns das mal von der seite an wer weiß was ich alles fabriziert habe so der hier auf jeden fall ein bisschen tiefer da ein stück tiefer so sind zur seite noch ein stück tiefer gut hier haben wir der platz endlich müssen nur gleich hier ein bisschen was wegräumen wieder noch also ist ja nicht so als hätten wir nicht noch gar nichts weggeräumt hier haben in der zeit auf richtig viel plus gemacht das reicht nicht erwarte wenn wir das ding ein bisschen so drehen das reicht noch nicht ich musste ein bisschen editieren hier kann man das eben ein bisschen vergrößern größer bisschen kleiner so jetzt gucken wir mal ob das reicht da stand da forschungsprojekt ist fertig ja so lange wie ich gebraucht habe warum auch nicht erste hilfe ist fertig können wir noch was bauen selbst über geld automat das habe ich noch besser wollen wir schnell haben also 250 dollar dafür hatte ich schon aber weiße gar mal nochmal so zenerie laden und selbst gebäude geschäfte das wollte ich natürlich jetzt gucken wir mal ich glaube das liegt ein bisschen an dem zeug hier ich mach mal ein bisschen was weg wird das ding dann allerdings nicht das lasse ich da so ich muss man daran ich sehe nicht so ich werde das mal so entlegen so ok jetzt noch mal darauf auf fundament höhe ok ich würde sagen wir gucken jetzt noch mal was ist denn da die ganze zeit ist das vielleicht nur der busch hier irgendwas muss da noch sein ich will das ding jetzt da hinkriegen das geht sonst gar nicht da war kurzzeitig ein positives symbol guckt das funktioniert sogar jetzt müssen wir nur den richtigen schräg funktioniert besser irgendwie da 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 so endlich haben wir es geschafft das ist fast wie kinderkriegen ausgang ja ich komme gleich zu dir aber vorher muss ich diese dinge hier so mal von dieser seite aus gucken jetzt müssen wir noch ein bisschen dekorieren nicht das was nicht schon ein paar mal gemacht hätten heute so ja ran x dann kann man ein bisschen runter setzen wird das weg ja es wird schon ein bisschen schwerer jetzt ich muss ein bisschen kürzer machen dann so dann das ding hier dann so jetzt haben wir es hoffe ich oh mein gott natürlich nicht wir müssen so ein bisschen so ziehen so ist sehr anstrengend auf jeden fall wenn man hier ein bisschen was schön bauen möchte merkt man aber es macht natürlich mehr spaß ich meine so schön ist es jetzt nicht jetzt hätte ich das eigentlich gerne ziemlich ich hätte ziemlich gerne gerade gehabt aber da kommen wir jetzt leider nicht mehr hin ja das ding wollen wir auch mal jetzt wieder drehen ich hoffe das passt jetzt hier trotzdem noch so hin wie es vorher war dann können wir hier vielleicht im besten fall das ding lang legen hoffen wir einfach mal das nehmen wir jetzt schönes ist ja eher so ein special ding machen wir mal schwarz so oh man we have done it so